hi ho und willkommen zurück meine lieben zwergenfreunde zu dwarf fortress staffel 3 masterwork modpack in letzter aufnahmesession haben wir uns ja schon ein bisschen hier eingenistet in unserem neuen gebiet haben ein paar sachen geplant und sind schon größtenteils unter die erde umgezogen bis auf ein paar wenige zwerge ja gucken wir mal kurz unsere vorräte an 30 others sind das nein das meiste ist warfisch wo liegt denn der rum können wir nicht zu dem suchen doch können wir okay der meiste liegt da oben rum gut sollten wir vielleicht zwei fisch cleaner bauen also fischer workshops weil von denen haben wir glaube ich doch keine können wir aber ja ganz leicht gucken nein fischer wie haben wir keine also bauen wir mal in der nähe des lagers zwei stück aus setzton so und so und bauen dann auch gleich eine küche vb aus aus gabbro und der destille aus gabbro erst mal ach und wenn wir schon dabei sind carpenter aus gabbro und mason so dass wir unsere wichtigsten unsere wichtigsten stockpiles wie er unsere wichtigsten workshops schon mal wieder haben und dann designieren wir noch einen nein einen woodstock peil euch etwas kleiner so der dürfte reichen und reißen hier oben den woodstock peil erst mal ab und gut und dann lassen wir unsere zwerge mal weiter arbeiten so wenn das hier frei ist können wir hier einen riesigen stockpile errichten der über die ganze länge geht für alle anderen goods also so ein custom stockpile wie wen hier oben kurzzeitig zwischen gebaut haben so die brauchen er die fishing das heißt sie werden hoffentlich bald gebaut und die super tolle musik geht wieder mal los was sagen die reports ach der peregrin falken den ich getötet habe und der hoffentlich mittlerweile draußen auf dem refuse gelandet ist sehr schön black kai man und pergel im falgen sind tot da sind ein paar cobras auch gut so wir warten jetzt erst einmal bis die seite hier frei gemeinert ist was hoffentlich nicht allzu lange dauert da unsere die sind suspendet worden wahrscheinlich wegen dem falten ja deswegen war sie wahrscheinlich auch geäxt vorhin als ich doch den pause modus anhatte wenn das aufgefallen ist gut aber das holz kommt wenigstens schon mal hier unten an wir kommen hier in hopes of a better life okay und mike wenz ein carpenter irgendeiner und noch ein dritter das war's okay das ist nicht viel aber es ist was hier sieht da construction inactive construction inactive okay weil wahrscheinlich alle jetzt gerade dabei sind holz zu schleppen gucken wir mal kurz in den therapist ja da muss ich erst mit df connecten und dann lädt er die zwerge und dann gucken wir mal was wir gekurrikt haben ein carpenter das ist mein zweiter wood zwerg ich butchery milling plant processing braucht er nicht shearing auch nicht spinning hat er noch aber das braucht er auch nicht du bist custom profession wood so craftsman woodcrafting butchery cloths cloths making oh das ist ein guter cloth und glass making oh invention and research nein das nehmen wir erst mal weg dann bist du custom profession du bist unser cloth glass glas das erste und wir hatten noch einen dritten ein armor sehr schön na der hat hunting drin das nehmen wir gleich mal weg und dann ist er unser zweiter armor zwerg so es wäre erledigt construction inactive prepare war fish messen ist weiter weil wir fleißig vor kraft zu machen so der carpenter der müsste hoffentlich gebaut sein macht jetzt noch mal fünf pins oder am besten gleich sechs so wir bauen hier hinten den tisch und den table wieder auf den tisch und den stuhl den tisch und den throne so wollte ich das sagen bauen wir wieder auf während ich ja eigentlich hoffe dass uns die prepared meats ausgehen während ich viel zu viel warfisch habe was daran liegt dass mein cook und mein buhr gerade mit anderen sachen beschäftigt sind vielleicht sollte ich denen die haule aufgaben auch mal wegnehmen cook und buhr sind nämlich die beiden die die fische auch verarbeiten können sollen eigentlich was sie nicht tun fällt mir gerade so auf guck und buhr so weil fischer verarbeiten ihr zeug nicht selber das ist so das problem mit den fischern gut gut das heißt jetzt müsste eine nachricht kommen du bist web wo ist unser zweiter armor zwerch da so ein creature der ist schon hier drin gut 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 und da liegt was rum das sind aber glaube ich die javelin dinge ja ein letter quiver mit was mit was piercing bolts achso ja ok so das steht wieder beides dann kann ich hier draus jetzt wieder für meinen für meinen chef also für unseren leader nicht größer kleiner ein dining room und ein study room hinsetzen dass der wieder arbeiten kann währenddessen gucke ich mal kurz in die stocks wir haben immer noch nicht viel essen wir haben bis jetzt eine pond turtle hingegen gekriegt zu verputzen ich hoffe das schaffen sie bald mit mehr fisch fisch ist echt irgendwie nicht gerade sonderlich ergeblich aber auch nicht schlimm ok das hier oben klappt ganz gut hier unten sind sie auch fast fertig mit meinen sobald sie hier fertig sind mit meinen dann werden wir uns erstmal um die hauptteile kümmern und so lange dürften wir mit obwohl doch die hauptteile dürfte erstmal vorrang haben wir kommen ja jetzt das erste jahr wahrscheinlich eh auf unsere kosten wenn wir bei der ersten zwergenkarawane zeug kaufen so jetzt aber erst einmal einen custom stockpile der sich über die ganze breite versteckt später wird das eine unser finish goods stockpile das andere unsere möbel stockpile werden also hier unten finish goods hier oben und wahrscheinlich auch bars and blocks hier oben wobei ich mir da noch nicht ganz so sicher bin aber auf jeden fall möbel möchte ich zentral lagern so jetzt erst einmal zu dem hier du lagerst animals du lagerst furniture siege ammo normale ammo coins bars blocks games finish goods leather cloth weapons armor so du kriegst die maximale anzahl an kisten wie der oben auch 310 so viel fäder ist das nämlich groß weil sonst nimmt ein gegenstand ein feld weg und das ist nicht so toll so gut das heißt hier sind wir fertig dieser schritt ist das hier hinzukriegen deswegen designation erstmal mit j eine ab ne halt mit i eine ab mit u eine abwärts stair hier und drüber eine downward stair weil man braucht immer das gegenstück bei den stairs bei den ramps nicht erreicht eine upward ramp und als nächstes nehmen wir hier die designations weg dann sollen die erstmal oben den raum aus meinern so diesen raum hier dann werden wir hier stück runter channeln hier channeln hier channeln hier channeln jo dann hinter plan und wir haben schon mal grafit gefunden das heißt hier sind feste wände das ist schon mal gut wie sieht es mit fisch aus wird langsam küche easy meal was macht der koch der ist das heißt der bruder prepared fisch gut naja gut jetzt kocht er also der koch kocht ein easy meal ja das wenn die ersten händler kommen erkläre ich mal wie das funktioniert für diejenigen die es noch nicht wissen also ich mich darüber freue dass wir hoffentlich ein bisschen mehr essen haben mit pudding und pond turtle croissant mhm besser als nichts was macht unser koch jetzt jetzt trinkt er trinken wird übrigens auch langsam etwas eng was sagt unsere kontrolle wir haben spätherbst schon ok depot ist accessible also mit shift d können wir den depot access uns anzeigen also erstmal das depot selber ist accessible sieht man den blauen ds und hier sieht man die waggonspur also welche route der waggon auf jeden fall mittig nehmen kann also damit ist immer die waggon mitte gemeint die anderen felder zählen dann halt eben nicht ja und da hoch wollen wir eh nicht mit dem mit der karawane ja so kann man immer gucken wo hindernisse im weg sind was die karawanen wegen behindert ah ja sind beide beim minern sehr schön und da sind unsere händler ein karawan vom tarium azot has survived und ein passant ein carpenter gilt passant äh äh sie sind schon mal mit einem waggon unterwegs und haben mountain tusk äh tusk oxpults dischmap bla 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 ah das ist der diplomat also der diplomat ist derjenige der immer kommt um mit uns unterhaltungen zu führen was die nächste karawane betrifft so jetzt aber erstmal zum handel mit q in den gebäude ins gebäude setup menü gehen aufs trade depot dass es blinkt und dann haben wir erstmal hier oben das erste wichtige ist mit g move goods from to depot so das erste was wir brauchen sind crafts und hier sieht man schon mal wie praktisch das ist wir haben nämlich drei bins mit crafts die können wir einfach so ins depot schieben das heißt wir brauchen nur dreimal zum depot latschen und haben alles dort was praktisch ist und müssen nicht 50 crafts einzeln auswählen so das nächste was wir brauchen ist ein trader mit r sagen wir dass der trader am depot gebraucht wird und das war es auch schon jetzt müssen wir warten bis die karawane eingetroffen ist und ihre goods auspackt ja der ist schon beim traden am depot ihr seid beim minern die machen den hohen fisch gut und man die haben plan permits die wir zur not verbrauen können sehr schön die werden wir kaufen also wir sehen hier ich bin jetzt gerade wieder im stocks screen also mit z kommt man in die verwaltung in die übersicht die statistik sozusagen und die die verwaltung also erstmal ist die einheiten übersicht pets livestock also unsere bewohner haustiere unsere haustiere andere also in dem fall alles andere white animals die milk fish die cobra oder die ganzen händler und alle die tot und vermisst werden mit z kommen wir in die übersicht ich gerade gezeigt habe also hier sehen wir wirklich alles unsere arbeiter sogar farblich markiert also wenn wir auf u gehen oder ist hier die farben ansehen die entsprechend den farben hier also woodworker stoneworker und so weiter wir haben zum beispiel zwei meiner ein metal smith weil unsere beiden schmieden vom anfang jetzt als höchste profession meiner eben haben children haben wir keinen wir haben ein fishworker drei farmworkers und so weiter und halt unsere soldaten also marx dwarfs hauptsächlich werden wir haben gut und in den stocks also welche oben auf den stock tab switche sehen wir hier zwei zahlen einmal eine weiße zahl das ist unser zeug also was uns gehört und eine rote zahl das ist was insgesamt auf der map sich befindet also wir haben drei fische in unserem besitz und wir es liegen insgesamt 95 fische hier rum das heißt wir können jede menge fisch von ihnen kaufen wir können aber wahrscheinlich auch auf jeden fall plants von ihnen kaufen würde ich gerne auf jeden fall plan per mit kaufen drinks könnten wir auch von ihnen kaufen oder auch nicht höchstens die beiden hier oben und das vom fisky somfisky ok sieht die gehören alle hauptsächlich uns ach nee dass die rote zahl ich glaube ich das was noch so auf der map rumliegt naja sweet pot spawns zum beispiel gehört nur fünf stück uns die restlichen 35 sind von den händlern wahrscheinlich wieder wie die wet weeds auch wir können sogar aufklappen da sehen wir es besser